so willkommen zu einer neuen folge auf dem kanal rams ist der dicke und das wird eine ganz besondere folge sein denn ich werde mich trennen vom spüle trend account das ist der account den ich neu angelegt habe in dem moment als mein main account für 30 tage gesperrt wurde ihr seht das startdatum hier nochmal startdatum 8.07.2022 ich nehme dieses video jetzt am neunten achten auf also ein monat später und ihr seht der account ist in den letzten 30 tagen von 0 auf level 45 gestiegen das ist schon eine wucht das ist brutal das ist heftig sagen die ein ich werde euch den account jetzt zeigen ich werde den account ausführlich zeigen schritt für schritt ihr werdet alle pokemon sehen alle hunderte alle schein ist alles sonst was wir werden alles besondere uns angucken auch die bewertungen ich nehme dafür jetzt richtig viel zeit nehmen durch auch vielleicht ein bisschen zeit wir blenden hier noch das lavita ein das ist das lavita von julchen weil julchen die raid mania aus dem letzten monat gewonnen hat deswegen begleitet uns dieses lavita jetzt durch den ganzen august als kanal maskottchen ich möchte euch diesen account jetzt zeigen stück für stück und dann könnt ihr diesen account gewinnen was ihr dafür tun müsst sage ich euch im anschluss und diesmal wird es eine ganz besondere verlosung sein und mir ist es toternst ich habe die kritik aus den letzten ganzen sachen wahrgenommen wir werden es heute komplett anders machen als wir sie gemacht haben aber die zeiten bleiben gleich dienstag gewinnspiel video verlosung auflösung wieder am montag 21 uhr chill mit ramses im live stream der startet um 20 uhr aber um 21 uhr wird ausgelost und ihr müsst da sein ihr müsst in dem moment da sein und den account entgegennehmen damit es nicht wieder zu irgendwelchen situationen kommen verwechslung und sonst was das ist immer so gewesen das werden auch weiterhin so machen ich werde theoretisch wenn ich mir die video hier fertig bin den account auch nicht mehr bespielen das heißt es wird sich nicht mehr viel ändern ihr seht jetzt hier alles das ist spüle trend ging nicht deswegen ue spüle trend mit einer null davor null spüle trend dass der immer schön oben erscheint wo auch immer gelaufende distanz ist jetzt hier 1700 kilometer gefangene pokemon 39.000 besuchte pokestops 17.000 genau gesamt ep 78 millionen startdatum achter siebter ihr habt ja einige medaillen bei den typen medaillen die meisten sind eigentlich hier schon auf platin hier 6.700 7.800 3.000 5.500 3.300 2.900 5.300 7.800 6.200 kampf fehlt noch geist fehlt noch stahl fehlt elektro fehlt noch psycho fehlt noch was eis fehlt noch was drache fehlt noch was unlicht fehl auch hier oben habt ihr viele die sind auf bronze hier habt ihr viele die sind auf silber wir können kurz noch mal hier reingucken ihr habt ihr top sammler 3 wir haben urlauber 3000 wir haben held 6.900 wir haben nix jogger kanto sammler forscher backpacker das ist alles gold da geht es gerade auf die platin dann noch zu wir werden euch jetzt nicht alles einzeln zeigen habe ich mir gerade so gedacht denn die das ist gold das ist silber so das ist platin gut hier ist ja noch weniger züchter ihr seht so die übersicht hier von diesen medaillen ihr seht das wichtigste was halt hier ist ihr seht was seht ihr noch ihr seht dass der 550 item plätze hat ich habe da einmal geld aufgeladen so viel dass ich die vier raid manias in dem monat mitmachen konnte mit dem account mit den restlichen coins habe ich immer mal den item platz ein bisschen erhöht 550 ist der item platz wir können so viele items also tragen der hat ein glück sei jetzt noch drauf 14 rauch hatte top sofort dm 17 sonderbombombs noch 7 xl sonderbombombs 7 sternstücke 28 log module ein magnetmodul 2 regen module ein paar bären park nur spe da ist also noch ein bisschen was da ein paar entwicklungssteine er hat 900 pokemon platz habe ich auch ein bisschen was hoch gemacht 900 pokemon platz und ansonsten hat er eigentlich nichts mehr der hat keine coins mehr die sind auf jeden fall aufgebraucht aber da ist einiges getan wenn wir jetzt mal hier reingucken kurz und schauen nur mal wie viele hunderter er jetzt im moment hat hat insgesamt jetzt 140 100 prozent pokemon und er hat insgesamt jetzt 499 shinies was das alles ist gucken wir uns jetzt an komplett ausführlich das video wird auf jeden fall mega brutal er hat insgesamt jetzt auch 8,2 millionen sternen staub noch übrig viele pokemon gerade die 100 prozent sind können von euch also noch gepusht werden wenn ihr den account nehmt und als zweiter account oder haupt account oder hilfs account nehmen wollt könnt ihr den staub ausgeben wie ihr möchtet ich habe noch ein paar sachen jetzt entwickelt ich habe noch ein paar sachen gepusht aber es ist noch viel potenzial da der account ist viel stärker eigentlich als er jetzt gerade dann scheint wenn ihr den staub noch umsetzt und noch ein paar pokemon max oder hoch zieht oder verbessert habt ihr auf jeden fall einen noch stärkeren account als so ich gehe jetzt auch hier drauf ich gehe mal auf die bewertung wir gucken uns das jetzt alles an das ist ein der löst hättet ihr ein hunderter bräuchtet ihr eigentlich nicht der hat ein hunderter auch ihr seht wenn da kryptos auch drauf sind die nicht shiny sind haben die eigentlich über 90 prozent ev wenn krypto shinies drauf sind waren die ev egal dann liegt der shiny im fokus so wir haben ja also ein richtig gutes krypto bieser sam hier habt ihr ein shiny krypto bieser sam ein zweites auch noch hinterher ich sehe ich habe es noch gar nicht warte mal ich habe es noch gar nicht fertig gemacht wenn ich das schon so habe da fehlen noch ein paar tags hier drauf alle auswählen tag der shiny tag muss schon ran an alle wo es noch fehlt und der hunderter tag natürlich auch das heißt wir machen den hunderter tag auch dran an die dies betrifft an die 140 stück so und hier habe ich noch eins übrig da habe ich noch kein jetzt passt jetzt müssten alle versehen sein gehen noch mal rein wir machen das ganze ding jetzt also noch mal von anfang an und mit bewertungen und jetzt sieht man also auch die tags dabei so das hat mal das hat war das hat wahrscheinlich krypto genau dann habt ihr hier noch mal eins das wird auch ein hunderter werden wenn ihr es erlöst ihr habt ihr normales shiny bieser sam ihr habt ja ein 100 prozent bieser flor was schon recht gut gepusht ist ist erlöst damals ist ein hunderter geworden ist recht gut könntet ihr eine mega entwicklung mal machen wenn ihr mega energie dann habt wir haben hier noch ein shiny bieser flor wir haben ja glumander krypto was auch ein hunderter werden würde ist so aber natürlich stärker und ihr braucht eigentlich auch kein erlösen weil er hat auch ein hunderter drauf das ist wieder ein shiny krypto glumander nochmal ein glumander krypto mit 96 prozent dann haben wir hier noch ein anderes was damit das weiß ich nicht gerade shiny krypto normales glumander was ist das denn ich glaube das war das was ich am 8.7 das war das was ich als allererstes gewählt habe oder was und mitgenommen habe und dann direkt best buddy gemacht ich glaube das war mein starter pokémon was ich gewählt habe wir haben hier hunderter glumander noch mit partyhut shiny glumander mit partyhut mehrere wir haben glutexo mit partyhut shiny wir haben einen 100 prozent glurak mit partyhut und best buddy schleife auch 100 prozent hier der ist sogar gepusht auf level 50 3266 wir haben noch einen anderen übrig mit partyhut noch einen mit partyhut wir haben einen shiny mit partyhut und best buddy badge richtig schlecht wir haben schicke krypto was ein hunderter werden würde wir haben shiny krypto schicke wir haben shiny schicke wir haben hunderter tour talk auf 2497 könnte man dann auch irgendwann mal als mega entwicklung mitnehmen wir haben hier krypto hunde you können hunderter werden braucht aber nicht wir haben hier ein erlöstes bieber 100 prozent was ein bisschen gepusht ist was sie dann auch vielleicht als mega bieber nehmen können ist trotzdem immer noch ein guter käfer gift angreifer gegen mutue vielleicht auch einsetzbar wenn wir shiny radfratz eine ganze handvoll shiny radfratze wir haben hier krypto alola radfratz würde auch hunderter werden das auch wir haben hier shiny radikal radikal 100 prozent zwei verschiedene dabei als alola 100 prozent radikal ist auch am start noch ein 96er shiny pikachu dann auch hier mit diesem kostüm ja auch dabei darf nicht fehlen shiny raichu krypto sandan alola auch relativ gut würde auch alles 100 prozent werden wenn ihr das erlöst normales hunderter sandama dabei noch ein 98 krypto sandama shiny nidoran shiny nido queen weil ich zwei hatte habe ich eins mal durch entwickelt das andere so gelassen dann aber shiny nidoran hier männlich kryptos wieder am start noch mal kryptos das kann eigentlich weg weil es würde ja kein hunderter werden das würde ein hunderter werden das würde ein hunderter werden das wird auch kein hunderter das ist wieder shiny da habe ich auch eins durch entwickelt weil ich zwei hatte dass wir auch noch shiny nido king haben wohl picks shiny wohl nun erscheinen hier dazu bad shiny hey eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun hunderttausend millionen das wird auch ein hunderter werden ist natürlich wieder krypto ja aber wieder shiny noch ein paar shiny goldbad auch mal entwickelt mir aplan start aber auch als shiny hier du flor die flor die flor auch einmal so quappo der war auf jeden fall sehr nützlich gerade wo es darum ging die sehr effektiven sehr effektiven ladeattacken zu machen gab es ja auch ein extra video dazu aber auch eigentlich relativ gut könnte man zu einem hunderter lösen muss man aber nicht haben wir nämlich schon ein hunderter simsalat muss auch ein bisschen gepusht ihr wisst die kando pokémon mag ich am liebsten weil die kenne ich wenigstens mach rollo hier shiny sind ein paar drauf ne dann habt ihr hier 96 krypto mach rollo könnte man entwickeln haben 1034 bonbons also ihr könnt entwickeln ihr könnt ein bisschen hochziehen ich habe noch ein 690 aber der ist auf jeden fall viel besser der hat mehr angriff noch ein paar shiny mach rollo hier dabei hackstock dabei ein hunderter was ich ein bisschen gepusht habe geht ja immer mal mach und mal als hunderter nimmt man gerne mit shiny mach und mein noch hier 0 15 15 das ist klasse oder guck dir das an shiny knofenser krypto knofenser auch 98 würde auch hier ein hunderter werden hier wieder shinies dabei scheinen die ultrigarier richtig geniale farbe übrigens genauso wie das sieht man viel zu selten aber die farben sehen einfach richtig stark aus bei denen kleinstein shiny paar dabei krypto kleinstein ja wird ein hunderter werden aber wir haben hunderter hier und wir haben neben den weiteren shinies auch die familie durch entwickelt und auch ein hunderter geowatz genommen auch ein bisschen hochgezogen das sogar level 50 das fand ich auch richtig genial muss man unbedingt nehmen hier noch shiny dabei ponita shiny ist dabei ponita 100 ist dabei dann haben wir galoppa 100 ist auch dabei und galoppa shiny flagmon flagmon shiny magnetilo shiny magnetilo so nochmal shiny magneton shiny dodo 100 slimer shiny 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 slimehog shiny nebulak shiny onyx shiny da können wir jetzt hier richtig brutal onyx ist sowieso geboostet als shiny da kriegt man eigentlich gefühlt immer eins hinterher geschmissen sobald man sich einloggt krabbi shiny krabbi shiny kingler shiny kingler 100 prozent das eigentlich auch richtig genial eigentlich ist das sogar ein besserer wasserangreifer als kyokre weil es einfach durch krabb hammer diese attacke mehr schaden macht kommt auch auf relativ hohe wp wenn ihr das hochpusht ich habe aber keine bonbons dafür aber hebt euch den mal auf damit können auf jeden fall noch was machen Voltoball shiny 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 Hisui Voltoball 98 98 98 98 was ist denn da los 100 ey Jackpot so Elektroball normal hier 100 mitgenommen shiny elektroball nochmal elektroball in hässlich elektroball Hisui 100% nehmen wir auch noch mit Tragosso shiny 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 Knogger 100er Knogger Junge Nocchan 100 Boom ins Gesicht Smogon Smogmog Alles shiny Rihon shiny auch dabei ganz viele Rihon Ich habe keine Sinosteine ist mir aufgefallen Ich habe 5320 Bonbons Bonbons Ich habe keine Sinosteine Sonst hätte ich nämlich pass auf Kommt noch 100% Gleich entwickeln gleich Rihon ja draus machen Ich habe keine Sinosteine Weitere Shinies Nochmal hier 100% Wieder shiny shiny 100% Shiny 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 Shanera Hm Shanera Shiny normal Hin und her Zack Tangela Shiny hier Ich habe keine Sinosteine habe ich schon gesagt Konnte ihn nicht entwickeln Sepa Shiny ist am Start Stern du shiny Spüle Trend Den fand ich cool Den habe ich genommen als Buddy jetzt Panimus So so 100% 100% 100er Panimus Elektek 100er Würde ich unbedingt entwickeln Aber ich habe keine Ihr wisst was ich nicht habe Gut Weil Elevoltech Richtig starker Elektroangreifer Hier auch natürlich Shiny dabei Magma Shiny 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 Garados Schlecht Evoli 100 Hm so lassen Wollt ihr daraus was machen Macht was ihr machen wollt Macht irgendwas draus oder nicht Ich habe noch ein paar shiny Evolis drauf gelassen Ich habe aber mal drei Stück entwickelt Und ich hatte Glück Ich habe direkt Aquana Flammara und Blitzer Nacheinander bekommen Alle anderen Evoli Entwicklungen Könntet ihr euch als shiny noch holen Oder gezielt 100er Wenn ihr irgendwas wollt Wie Glaciola Oder Felinara Oder Psyana Was meiner Meinung nach Die drei stärksten und nützlichsten sind Könnt ihr ja noch machen Ansonsten noch mehr Evolis hier drauf Immer als 100er Und immer als shiny So ein bisschen abwechselnd Ein paar normale Da mal Aquana So Aquana Shiny Wir haben Blitzer Shiny Und so Wir haben Flammara Shiny Und so Porygon Shiny Ist auch am Start Relaxo Ist fett Hier Guckt Guck mal wie fett Das ist Hier Noch normal Und dann Würde ein 100er werden Würde ich nicht erlösen Oder Nehmen das so So Hier Zapdos Raidstunde mit Zapdos gemacht Raidmania draus gemacht Ihr habt eingeladen Bäm Bäm Hat richtig Spaß gemacht Und wir haben auch Ein shiny bekommen Hey Shiny Zapdos Auf dem Account So Weiter 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 Denn es ging weiter mit Lavados Richtig genial 100% Lavados In der Raidstunde Im Stream Live gefangen Ihr war dabei Aber ja auch ein bisschen hochgezogen Ist auf jeden Fall Richtig cool Und wir haben natürlich auch Ein shiny bekommen Aber nicht nur eins Wir haben mehrere Shiny Lavadöschen bekommen Haben da also ein paar mitgenommen Zack Arctos haben wir nicht Gar nicht Weil Arctos Da hatte ich den Account ja noch nicht Da hatte ich ja noch den Normalen Account Und dann war der normale weg Und dann habe ich den gemacht Und dann war plötzlich Dings Und deswegen hat er nicht gebumst So Mew Hm Hildburghausen Was ist denn das für ein Ort Habe ich mich wieder Ha 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 So Dann haben wir hier Endivier Ist auch 96 Megani 98 Ein paar Sachen hat man halt so entwickelt Natürlich für den Pokédex Eintrag Ja auch relativ gut Wurde auch ein Hunderter werden Aber wir haben hier ein Hunderter Was auch ein Erlöstes ist Ist Impergator Huthut Äh Shiny Dann Hunderter Noctu Hunderter Ladybar Shiny Ladybar Shiny Hallo Ladyyan Shiny Ladyyan 100 X-Bud Shiny X-Bud 100 Lampi Shiny Natu 100 Natu Shiny So Natu 100 Xado 100 Xado Shiny Woldilam Auch richtig Fetze Guck Es riecht Nochmal Woldilam Selber Aber Wird zwei Werte Vertauscht Bluebella Shiny Also hier könntet ihr auch Natürlich zu einem Hunderter Machen Muss man nochmal dazu Sagen Hop Spross Ah Ich bin so grün Ach Jetzt ist mir schlecht Und jetzt Jetzt ist es komplett vorbei Bapunga Der Tunga Ihr kennt alle Bapunga Aber kennt ihr auch den Tunga Denn hier kommt Griffel Mit Shiny Shiny Nix 96 Noch mehr Griffel Ich habe keinen Sinustein gehabt Griffel 100% Könnt ihr hier mal entwickeln Nochmal 100 Wenn ihr irgendwas habt Entwickelt mal ein bisschen Also Griffel Griffel Mal uns auch durch Wir haben auch Also auch Shinies und Hunderter Songkern Genauso Wir haben Shinies Wir haben 100 Der Ne Wir haben so ein Flora Shiny Wir haben so ein Flora 100 Yanmar 100 Yanmar Shiny Ich konnte aber keine entwickeln Denn ich habe kein So So viel Es ist so viel Es ist Hab ich schon gesagt Wie viel es ist Filino Shiny Siyana Shiny Siyana Normal Wieso ist das Überhaupt Ja egal So Hier nach Tara Zack Musste ich ja für die Level Aufstiegsaufgaben machen Kramurks auch Hunderter Auch Shiny dabei Wenn ihr einen Stein habt Könnt ihr auch wieder entwickeln Ja auch ein gutes Was man so als Krypto noch nutzen kann Lasho King 100 ist dabei Traumfugil Auch Brutal Wohin genau Shiny Weiblich mit Lippenstift Girafarig mit Blauer Nase Ist ein bisschen drauf Skorgler 100 Skorgler Shiny Stahlos Wir hatten auch nichts vorhin Stahlos jetzt Einmal so Könnt ihr natürlich noch 100 Stück entwickeln Snoopul Shiny 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 100 100 100 100 Shiny 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 100 Shiny 100 100 Shiny Zack Bam Boom Wo waren wir Granbull Hier auch 100 Und Shiny Alles dabei Baldorfisch Shiny Hisui Hisui Den hab ich noch nicht mal auf dem Hauptaccount Äh Potrot Wow Potrot Moment Potrot Grüße an Dani der Dicke 100% Krypto Macht man damit was? Ne oder? Gut Also ist eigentlich egal Ähm Bla 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 Sneebel Hisui Hab ich auch nicht Auf dem Main Account Schneckmark Shiny Shiny Makago 100 Makago Shiny Kriegel Würde ein Hunderter werden Würde ich aber so lassen Würde ich entwickeln Würde ich irgendwas machen Ich hab keinen Sinustein Sonst hätte ich da vielleicht noch was gemacht Funpi Oder Funfi 100 Funfi Shiny Guck mal Der Unterschied Guck mal Hier Zack Unterschied Zack 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 100 Nochmal weg Hier Donfan 100 Und pass auf Donfan Shiny Wow Der sieht aber gut aus Äh Porygon 2 Capoeira Eigentlich auch Unglaublich seltenes Shiny Fehlt bestimmt viel noch Ist richtig brutal Hier Paula ist auch am Start Miltank Grüße an Paula Das war eins ihrer Lieblings Pokémon Was hat die immer Die Kuh gesuchtet Glaube ich Miltank hier dabei Lavita Da haben wir ein bisschen gebrütet Bubi da hier am Start Despot da Oida Den hab ich vorhin erst entwickelt 96er Krypto Despot da 3600 Glatt Fettes Biest Dann hab ich so einen gehabt Den hab ich mal zum Kämpfen genommen Gekka Boa Shiny 100 Reptain 100 Und Shiny Gewaldro 100 Und Shiny Flamly 100 100 100 Shiny Noch mehr Jungglut Shiny Und 100 Logok 100 Und Shiny Hydrobi Shiny 96er Krypto Shiny Morabell Shiny 93er Krypto Morabell Muss man noch rechnen Oder was Zumpags Shiny Shiny Hunderter Zumpags Hm Den würde ich auf jeden Fall auch hochziehen an eurer Stelle und damit was machen Der ist ja wirklich Entweder nutzt ihr den in der Hyperliga Oder in der Meisterliga Oder in der Superliga Oder in Raids Oder ihr macht alles damit Nehmt ihn als Body Rasset komplett aus bitte Fiffchen Der Goldhund Oh Das ist der einzige dann hier Zickzacks Shiny 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 Geradax Shiny Geradax 100 Wumpel Wumpel ist auch so speziell Da die Shiny Familien voll zu kriegen und zu machen Aber es sind so viele Wumpel hier drauf Die ihr noch entwickeln könnt Wenn ihr Bonbons habt Ich habe ein Bonbon nur noch übrig Denn ich habe entwickelt Ich wollte gucken dass ich die Shiny Familie voll kriege Und was habe ich gekriegt Ich habe neben den ganzen Shiny Wumpels Das Schalocko für euch rausgeholt Zweimal Und ein Hunderter Schalocko Und noch eins Bis ich ein Hunderter Papinella auch gekriegt habe Plus ein Shiny Papinella Ihr wisst gar nicht wie verrückt das war Und sogar noch Shiny Poo Dogs Und Hunderter Poo Dogs Ich musste also Hunderter Wumpel entwickeln Und hoffen Dass ich einmal Poo Dogs ganz am Ende rauskriege Und einmal Papinella Das ist ja Völlig random Hat gepasst Hunderter Poo Dogs Hunderter Papinella ist da Und noch Shiny Poo Dogs Und Shiny Papinella Das Ist eine Meisterleistung Mit Glück Einfach nur Ist es eigentlich egal Loturzel haben wir hier noch am Start Loturzel 100 Lombrero Am Start Gabalores Shiny und Gabalores 100 Seht ihr den Unterschied Genau Schwalbini Shiny Trassler Shiny Kilia Shiny Gardewa Shiny Knilz So ein schönes Shiny Und auch natürlich Karpilz So ein schönes Shiny Hunderter Karpilz Auch richtig guter Pflanzenangreifer Manche nehmen den als Kampf Pokémon Stark Manche nehmen den als Pflanzenangreifer Stark Kann was Ninja Tom Vorhin gegönnt Makuhita 100% Auch guter Kampfangreifer Natürlich Hier Krypto In der Variante noch Und 100% Harriama ist schon ein bisschen gepusht Weil der ist sehr stark Ich habe schon gesagt Ineco 100% Shiny Ineco Mhm Mhm Jo Hunderter Ineco Shiny Ineco Flashbacks Ineco 100 Und Shiny Genau So Zubiris 100% Krypto So ist es jetzt wie Potrot Potrot Kann man damit jetzt was machen oder nicht Bin mir unsicher Ich glaube der ist in der In der Superliga bestimmt Heftig das Biest Habe ich nicht Habt ihr dann Könnt ihr mal gucken So Oh Nuller Hey Was geht ab Stolunior Shiny Stolrag Shiny Stolos 100 Kriegt ja noch eine Megaentwicklung Können ein bisschen maxen Hochziehen Irgendwas machen Ist bestimmt nutzlos Shiny Stolos noch dabei Mediti hier Shiny Meditalis Shiny Volbeat Shiny Weilmar Konnte ich nicht entwickeln Ich habe nur das Konnte ich nicht entwickeln Hab keine Bonbons Komm auf Hier Krypto Zack Und nochmal Krypto Und nochmal Krypto Und nochmal Krypto Stark Riecht Knacklion Shiny 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 Wie braver Shiny Libeldra Shiny Aber 100er Libeldra Habe ich früher auch immer in der Superliga genommen Sowas Tusker Krypto 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 Noctuska Löst 100 Noctuska Hier auch Würde auch ein 100er werden Aber habt ihr ja dann schon drauf Sengo Shiny Schmerbe Shiny Welser Shiny Bubanz Ist gar kein Shiny Schmerbe Shiny Welser Bubanz Shiny Bubanz Shiny Libomendas Shiny Barschwar Shiny Formel 100 Hodensack Shiny Absol Perlu Ha Habe ich wieder keine Bonbons gehabt Müsst ihr nämlich auch entwickeln Und auf gut Glück kriegt ihr entweder Alabis oder Sagannabis Sagannabis habt ihr jetzt schon drauf Aus den anderen könnt ihr ja Wenn ihr Bonbons habt Hoffentlich noch Alabis rausholen Libiskus Cooles Shiny Auf jeden Fall Und hier 100% Libiskus Auch mitgenommen Tarnel Shiny Krypto Latios Ja einmal konnte ich das machen Okay Pampuro Hey Total Was macht der Affe hier dazwischen einfach Einfach so random Ist hier halt einfach der Affe Und sonst nix Staralili Zday Ich habe ein paar aufgehoben Da sind auch hunderter dabei Da sind Shinies dabei Jetzt scrollen wir mal kurz durch Ich habe hier auch noch Staraptor Shiny Hunderter Staraptor Hunderter Staraptor hier Krypto Bidiza Shiny 100 Bidifass Shiny 100 Zepurze Shiny Luxra Nulli Krypto aber Cognodon Keine Bonbons Würde ich entwickeln Ist auf jeden Fall Also der hat nur das Aber als Als Rameidon Dann Als Gesteinsangreifer Ist der auf jeden Fall Richtig genial Unabhängig von den IV Vadribir Das russische Äh Leider Zwei Männchen Kann man also nicht entwickeln Aber ein relativ neues Shiny Auch was jetzt drin ist Was vielleicht noch nicht viele haben Sich bestimmt auf den Main Account Rüber tauschen Barmelin Ne Da geht es hier los Ganz viele Barmelin drauf Barmelin Bojelin Barmelin Und Bojelin Bibidi Buburu Babadipadabubabu Bababab Bibidibibabu Ja auf jeden Fall habt ihr hier Bojelin Shiny Drauf Ich glaube ich Ich werde Ich glaube ich fange an Dass ich diesen Diese Folge vielleicht Am Dienstag 20 Uhr Als Premiere schalte Weil es einfach so ewig lang geht Und die Leute einfach heftig Was zu gucken haben Bojelin Hundert Zack Driftlon Shiny 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 Hundert Driftlon Zack Shiny 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 Hunderter Driftlon Zack Driftzeppli Zack Driftzeppli Hundert Achso Habe ich gar nicht Shiny gesagt eben Haspiror Shiny Shiny Schlappohr Shiny Schlappohr Hundert Mega Entwicklung und so Wisst ihr Bescheid Grammchef hier Hundert Schamjahren Shiny 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 Schnurgares Shiny Skumdunk Ihhh Bronzel Also würde auch ein Hunderter werden Bronzel 100 Bronzel Shiny Das erinnert mich irgendwie an Onyx Ich weiß auch nicht warum Äh Bronzel Shiny Hör doch auf Bronzel Bronzel Bronzong Shiny Mobile Bandimimi Die waren richtig gut Kaumalad Shiny Das war auch cool Ich habe auch relativ viele Bonbons 862 Finde ich stark Knacksel Shiny auch drauf Knackrax Shiny auch drauf Einfach mal so Riolu war gebrütet hier Habt ihr noch ein bisschen drauf Riolu Lucario Ist drauf Hippopotas Shiny Buteros Könnte da ein Hunderter machen Würde ich nicht Lass so Oder auch nicht Keine Ahnung Bionsgora Piondragi 98 Krypto Glibunge Toxikack Rexblisa 100 Kannst Wegeentwicklung machen Magnetzone Habe ich vorhin extra Das bisschen hochgezogen noch 100% Richtig guter Elektroangreifer auch Rihonior hier auch 4200 221 100% Bam Bam Alles hier Shiny Rihonior noch da Dann haben wir hier das Follipur Wir haben das Glaziola Wir haben noch einen Rotom drauf In der Waschmaschine Dialga Dialga Auch Raidmania gemacht Als Dialga da war Wir haben ein paar bekommen Ein paar gute Ein paar schlechte Was weiß ich Eigentlich müsste das erste Ja das beste gewesen sein Was war das erste Das erste war das Ach ne das hatte Wetterboost Deswegen Ja Die haben keinen Wetterboost Aber der ist auch schlecht Verstehe ich nicht Ist der so gut wie der Sie sehen auf jeden Fall Alle komisch aus Aber bei Dialga haben wir auch Shiny mitgenommen Für die Leute die Keinen Shiny Dialga haben Das hat eigentlich immer Relativ gut geklappt Nochmal hier Shiny Dialga dabei Palkia haben auch Shiny abgegriffen Sogar 98er Shiny Palkia für die Leute Nochmal ein 98er Ohne Shiny Dabei 96er Also da ist Ein bisschen Potential da Hier ist auch noch ein Shiny drauf gewesen Ja 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 Yes There it is Nagelotz Shiny Guck mal da Shiny Yorclef Shiny 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 Hunderter Yorclef Mann ist der süß Dann müssen wir doch gleich Jetzt hier Nochmal Hunderter Yorclef Nochmal Hunderter Yorclef Hunderter Yorclef Terribark Shiny Bisbark Shiny Bisbark 100 So Fidilu 100 100 Kleopada Erlöst es 100 Grillmark Shiny Cool Berlin GoFest Shiny Grillmark Shiny 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 Äh Grichitta Shiny 100 Sodamark Hunderter Yorclef Hunderter Yorclef Hunderter Yorclef Shiny Shire 100 Shiny 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 Hunderter Sodachita Und Shiny Sodachita Die müssten eigentlich auch richtig Interessant Und spektakulär Sein Da Ja gut Das gab es auch eine Woche bei uns hier Ja eben Ja eben Der war ja nicht Der hat ja kein Seattle Ticket gehabt Deswegen gab es das ja bei uns Egal Ich nehme alles zurück Ist gar nicht spektakulär Dusselgur Shinies Am Start Äh Navitaub Shiny Navitaub Da ist ja Es gibt gar keinen Unterschied Hier zwischen männlich Weiblich Ne Ich habe es umsonst entwickelt Aber pass auf Faser Noob Noob Männlich und weiblich Ist hier ein Unterschied Das ist das Männchen Hat eine Maske auf Und das ist das Weibchen Und trägt eine alte Kutte Hätte ich getauscht Ich hätte eher gedacht Das ist das Männchen Und das ist das Weibchen So richtig so Äh So 100 ist auch am Start Hier und da Von beiden Ne Sedimantur Hängt allein rum Stallobor Hängt allein rum Ortdoch Ja Schallquab Weil man ein bisschen was entwickelt Karapenis Karadonis Äh Shiny 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 Toxipet Zerapendra Wenn da jemand geschrieben hätte Max mal bitte ein Zerapendra Ich hätte gedacht Was ist das denn Jetzt wissen wir es Zerapendra Ist auch am Start 100 Baumwoll Shiny Baumwoll 100 Elf und 100 Garnoville Uh Da beobachtet dich einer Mit dem Fernglas Flampion Flampion Flampivian Sind auf jeden Fall auch Richtig starke Viecher Beide Beide Aber kein 100er dabei Zurokeks Hier Irokeks Noch dabei Galapaflos Picochilla Picochilla Chilabelle Alles mit Shinies Mammolitas Varones Das ich auch Maxax Mammolitas Ich habe ein paar Zä Säsuri Säsuri Gironimats Waschakwil Habe ich zwei Stücke gehabt Einmal entwickelt Dann Und einmal so gelassen Und dann ist das Besondere Wir haben ja auch Zusammen den Waschakwil Raidday Gezockt Und ich habe gesagt Bis am Start Finafinexis Wer sagt 2666 Ist voll cool Kann aber trotzdem Den Entwickelt An einem Seaday Damit er den hat Mit Seaday Attacke Froxy Was geht ab Kwayutsu Ich bin 100 Seht mich an Wie mein komischer Ding am Walz rum Schwirbelt Skobble Shiny Grabbit Shiny Datiri Shiny Äh Dadignis Shiny Fiaro Shiny Und Hunderter Fiaro Da mache ich noch was Wir gehen einfach hier drauf Wir maxen den jetzt einfach Wieso hängt es denn jetzt so Man 666 Kriegt er hinzu Der sitzt auf 2493 Piekser Sturzflug Der ist gemaxed Digga Ist gemaxed Und jetzt seid ihr nur noch bei 7,8 Millionen Soll ich den Staub komplett ausgeben Nein wir haben jetzt auf jeden Fall Wir haben auf jeden Fall jetzt hier Fiaro Nimmt man ja auch trotzdem ab und zu in der GBL Vielleicht nicht mit den Attacken Aber könnt ihr euch noch zurecht basteln Da ist viel Potential drin Läufeo Shiny Hunderter Pyroleo Shiny Hunderter Pam Pam Ja Pam Pam Pa gebrütet Hier Psyao Habe ich auch dann entwickelt Beides Dass wir Psyao gone so und so haben Nach männlich weiblich Gerichtet Tandra kurz entwickelt Skambisto 100 Mit BB15 Der ist cool Äh Hunderter Filinara Genau Ich muss ja eh eins machen Und ich hatte damals nur Ein Hunderter Evoli Und hab gesagt Wenn ich einen Hunderter Gezielt entwickle Dann mach ich das erste Hunderter Zu Filinara Und so ist es 600 Bonbons Das könnte man auch hochziehen Nein Das macht ihr dann Ich mach jetzt nix da dran Filinara Auf jeden Fall auch cool Viscora Viscagot FM sind ein paar drauf Fehlen aber die Bonbons Silvaro ist schon mal Durchentwickelt Fuegro Die Feuersoße Ist auch durchentwickelt Primarena Ist auch durchentwickelt Einmal Pebek am Start Tukanon Hier einmal am Start Mangunior Manguspector Coriogel Als Hunderter Wuffels Wolverog Tag und Nachtform Beide Molunk 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 Leider kein Weibchen dabei Velursi Zweimal shiny Dass sie eins entwickeln können Für die Familie Fehlen aber noch 75 Bonbons Reißlaus 100% Und das Sind theoretisch Alle Pokémon Die hier drauf sind Und Ja Was gibt es noch zu sagen Da sind auch der 12 Eier noch drin Was für ein Highlight Nix Gibt keine Highlights Also mache ich das hier Ding nochmal drauf Denn jetzt Hoffe ich Dass viele Leute jetzt sagen Wow Das ist trotzdem richtig cool Die Pokémon die drauf sind Macht Bock Selbst Wenn ich da vieles auf mein Main rüber tausche Bleibt immer noch genügend übrig Dass das als eigenständiger Account Richtig krass durch die Decke gehen kann Deswegen kommen wir zum wichtigsten Teil Was müsst ihr tun Um zu gewinnen Und das Wie gesagt Es war mir noch nie So ernst Hört jetzt zu Es ist wirklich wichtig Zuzuhören Ihr müsst natürlich wieder einen Kommentar Unter dieses Video schreiben Nicht hier im Chat Falls es eine Premiere wird Nicht im Chat Sondern einen Kommentar Unter dieses Video Wie bei allen anderen Gewinnspielvideos auch Einen Kommentar drunter Und diesmal Achtet wirklich drauf Ich sag's dazu Nummeriert das durch Macht wirklich Erstens Zweitens Drittens Viertens Und das untereinander Damit das schön geordnet Und wunderbar aussieht Es gibt Leute Die schreiben einfach so einen langen Text Und da ist alles durcheinander Was man irgendwie angeben sollte Sieht richtig blöd aus Ich bin da wirklich sehr streng Weil der Account Das ist nicht einfach irgendein Account Den mir irgendjemand irgendwo gegeben hat Und gesagt Hier hab kein Bock mehr Kannst du verlosen Das ist ein Account Den hab ich jeden Tag Laufen gehabt Bespielt Hab geguckt Dass ich jeden Tag den Raidpass weg mach Wir haben Raidmanias da mitgemacht Alles Wir sind geflohen Wir haben gefangen Wir haben gezittert Das 100er Lavados auch zu bekommen Da hängt man schon ein bisschen dran Und es sind tolle Erinnerungen Und so Deswegen Macht wirklich das So wie ich sag Schreibt einen Kommentar Bitte eine Angabe Was ihr mit dem Account Vorhabt Warum ihr den Account Gewinnen möchtet Wollt ihr den ausschlachten Nehmt ihr den als Main Account Weil eurer nicht so weit ist Wollt ihr den als Zweit Account für Duo Raids Als Unterstützung Als Raid Hilfe Als sonst was Gebt bitte eine Info mit rein Haben wir ja sonst auch immer Das ist der zweite Punkt Unten drunter Drittens Eine Angabe Nur eine Zahl hinschreiben Wie hoch Ist Die Pokébox Die Pokébox Nicht der Itembeutel Die Pokébox Auf diesem Account Nur die Zahl hinschreiben Also wie hoch die Erweiterung ist Wie viel reinpasst Nicht wie viel drin ist Sondern wie viel reinpasst Viertens Unten drunter Unter drittens Kommt viertens Wie hoch Ist der Itembeutel Wie weit ist der erweitert Wie viel Items Passen da rein Nicht die Pokébox Sondern die Items Dann schließt ihr das Ganze ab Auch wieder Unten drunter Unter dem vierten Punkt Mit dem Hashtag Spületrend Das ist ja auch Tradition Der Hashtag Bitte genauso Wie es hier steht Das Stami ist Der Hashtag Dieses Stami ist der Hashtag Ja Da steht Hashtag Spületrend Konnte man nicht Irgendwo noch drauf drücken Du hässliches Stami Jetzt gehe ich mal hier drauf Nochmal Für die Blinden Hashtag Spületrend Auch wenn der Nullspületrend heißt Nein Keine Null hin Auch wenn der UE Heißt Ne Eigentlich sollte das Ein Ü immer sein Hashtag Spületrend Unter dem vierten Punkt Jetzt sehen wir mal ganz kurz zusammen Erstens Trainername Zweitens Infotext Warum wollt ihr den gewinnen Drittens Die Pokébox Viertens Der Itembeutel Darunter Hashtag Spületrend Und jetzt Kommt der große Clou An der Sache Weil ich auf das Feedback Von euch gehört hab Dass viele immer Gemeckert haben Ja Dass irgendwelche Fremden reinkommen Die zum ersten Mal Den Kanal sehen Und den Stream Und dann abstauben Und dann wieder gehen Und nie wieder Und der Account Dann vergammelt Und gefühlt Ist jeder Account Der bisher verlost wurde Irgendwo in der Versenkung verschwunden Und ausgestorben Einer vom Kinghammer Weiß ich Der hat den aktiv Weiter gespielt Dann immer Diesen Samyang Hot Spicy Den aus Spaß Wir einfach mal so Einfach in den Raum Geschmissen haben Aber der hat das Ernster genommen Als alle anderen Die einen heftigen Großen Vollwertigen Account Bekommen haben Was schon Wende spricht Deswegen Wird dieser Account Nur Unter Mitgliedern Verlost Ihr habt richtig gehört Nur Unter Mitgliedern Jetzt könnten einige Hater wieder sagen Was Das ist nur so Eine Promo-Aktion Weil der Ramse Sich denkt Wenn er 12.000 Abonnenten hat Und 12.000 Leute Dann Eine Mitgliedschaft Abschließen Dann kriegt er 12.000 Euro Für diesen einen Monat Wegen diesem Ein Gewinnspiel Und für den Einzelnen Ist es ja nur Ein Euro Aber Ihr wisst genau Bei 12.000 Abonnenten Wie viele Leute Machen denn wirklich mit So ein Video hat vielleicht 500 bis 1000 Aufrufe Also nix 12.000 Leute Sondern vielleicht 1000 Aber Kommentare Sind ja meistens Nur so 100 Stück Da Also 100 Leute Machen vielleicht Wirklich mit Von den 100 Leuten Sinngefühl Die Hälfte Aber ja eh schon Mitglieder Und es ist halt Immer traurig Dass die Mitglieder Mitmachen Und immer am Start Sind Und der Account Immer an irgendjemanden Geht Der vielleicht sogar Noch ein Fake Profil gemacht hat Der mehrere Google Konten hat Mit verschiedenen Google Konten Da kommentiert Und Irgendwas An irgendwen geht Und total Bekloppt Und sonst was Ich denke mal Durch diesen Schritt Sind manche Sowieso jetzt schon Ausgeschlossen Oder Abgeschreckt Weil sie sagen Ach Das ist ja bescheuert Das ist ja Da muss ich ja Was Ausgeben Denkt mal an die Leute Die Lotto spielen Die sagen auch Oh im Jackpot Beim Lotto Sind 10 Millionen Euro Drinnen Dann kaufe ich mir Ein Lotterielos Für 5 Euro Und versuch mal Mein Glück Und vielleicht kann ich Mit diesem 5 Euro Einsatz 10 Millionen Gewinnen Seht es halt so an Dann ist das nicht Mehr so blöd Also theoretisch Jeder der mitmachen Will Bezahlt Eintritt Und darf mitmachen Er muss aber trotzdem Die Angaben Richtig haben Mir geht es dabei Aber nicht um das Geld Denn wie gesagt Ich gehe davon aus Nico Dunkel Verfolgt dich jetzt Einfach das Video gesprengt Mir geht es dabei Nicht um das Geld Mir geht es dabei Wirklich darum Dass die Leute Die jetzt dann dabei sind Wenn nämlich am Montag Um 21 Uhr gezogen wird Und es fällt Auf einen Der kein Mitglied ist Gilt nicht Die Leute haben natürlich Die Möglichkeit Sobald das Video Online ist Eine Mitgliedschaft Abzuschließen Die hält ja für einen Monat Soll jetzt aber nicht Unbedingt der Sinn Und Zweck sein Ihr sollt nicht extra Für das Gewinnspiel Eine Mitgliedschaft Abschließen Machen denke ich auch Rates für Mitglieder Wie viel Geld Aber hier bei dieser Verlosung Hat sich das alles gelohnt Hat sich das alles gelohnt Es war eine coole Zeit Es hat mega Spaß gemacht Ihr habt den Account Groß gemacht Ohne eure Mithilfe Wäre das auch nie passiert Deshalb dieser Schritt Ich hoffe Ihr habt alles verstanden Montag 21 Uhr Auslosung Vom Spületrend Account Ihr habt die Punkte 1 bis 4 Untereinander Alles ist gesagt Hashtag Dazu Und Wenn der Gewinner Gezogen wird Ein Mitglied ist Passt das Wenn der gezogene Gewinner Kein Mitglied ist Ziehe ich einfach Weiter Ja Ihr habt die Möglichkeit 1 Euro In die Lostrommel zu werfen Damit ihr die Möglichkeit Habt gezogen zu werden Müsst ihr aber nicht Sollt ihr auch nicht Fühlt euch nicht genötigt Sondern seht einfach Dass das Für die großen Leute ist Und nicht für jemanden Der einmal in der Woche Vielleicht in die App Sich anmeldet Um einen Pokémon zu fangen Der braucht so einen Account nicht Wer nicht mit Leidenschaft Dabeist Oder der keinen Bock So da drauf hat Das wäre Verschwendung Das möchte ich nicht Ansonsten würde ich sagen War es das eigentlich Von meiner Seite aus Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis der den Peaceout vorhaut Euer Ramsen Ich glaube wirklich Ich werde das als Premiere laufen lassen Weil das geht jetzt 51 Minuten Als Video Ne Ich mache es als Premiere Ich würde gerne die Reaktion sehen Von den Leuten im Chat Grüße an den Chat An der Stelle Wer jetzt noch da ist Wer das live guckt Dienstagabend 20 bis 21 Uhr Wird das Ganze dann wahrscheinlich gehen Dann lade ich mein Rexbläser Video Eben am Dienstag um 15 Uhr hoch Anstatt es um 20 Uhr Nach der Rampenlichtstunde zu machen Dann passt das auch So Ansonsten Würde ich sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal Wir sehen uns am Montag In der Verlosung Ich glaube Köpfe werden rollen Bis dahin Schönen Abend noch Peace out Vorhaut Euer Ramses Wir sehen uns am 9 Uhr Wir sehen uns am 10 Uhr Am 21 Uhr Ich sage euch jetzt um 10 instance